Ich hab grad mal ne Müllhalde gebaut. Öffentliche Transportmittel, Züge, Boote, Penisse, Alter. Ja, das hast du da durch, weil ich schon mein Rathaus ein bisschen abgegrillt hab. Alter. Ja, ja, mehr Parkplätze, ich baue gleich was anderes irgendwo hin. Ob das legal ist, weil ich den bauen will? Naaah. Oh, du denkst direkt wieder schief, ne? Ich hab nur gedacht, was du gedacht hast. Weil das Denken der Gedanken, dass wir gedacht haben, denkst du das? Ich hab... Ich meinte jetzt ein Joint, aber okay. Ja, meinte ich auch. So, dann kommen hier noch so ein paar Häusle hin. Zu wenig Simulions-Machine. Was kosten die denn? 15.000. 50.000 Euro. Ich hab ne Fahne gebaut. Ey, was ist auf der Fahne drauf? Fan-Arts. Aha! Ein Gesicht von Angela Merkel. Damit soll ich Terroristen die Stadt locken. Ich glaub, die gehen eher weg. Hä, was denn jetzt schon? Oh, Feuerwehr. Stadt in Brand. Ja. Sieben von neun Brände. Ja, ist doch nicht schlimm. Ja. Warum machen die ein Feuerwerk? Ich kümmere mich eigentlich auch so gut wie nie um irgendwie so... Ja. Oh, muss ich die Straßen jetzt echt hier noch her? Die weg. Die weg. Ich guck erst gar nicht bei dir. Sehr schlauer. Boah, das geht nicht, weil dein Haus brennt. Kann ich dafür, dass die irgendwie die ihre... Fick dich! Ich bin kein Noob. Jetzt erst bemerkt. Ja. Ach, ich mein doch gar nicht dich. Wen denn? Äh, äh. Äh. Was hast du für ein riesiges Ding da stehen? Ölkraftwerk. Achso, ich mach ein Plus von 13.000. Progress... Pro... Was ist das denn? Ja, das ist ja das, was ich meine eigentlich. Aber du hast es ja anscheinend nicht. Was ist, wenn ich hier auf Deckungsrate erhöhen klicke? Das kannst du nicht. Das ist nur meins. Also... Klar kann ich das. Kannst du? Ja, 30% sein ich. Jetzt mach ich's mal auf 90. Ja. Wahrscheinlich hast du auch ein paar mehr Fabriken. Ich hab kaum welche. Um genau zu sein. Ich hab übelst viele Trümmer. Ich glaub ich nenn meine Stadt Trümmerhausen. Die Absatzlosen ihrer Stadt sammeln sich im Park. Wer hat's gesagt? Finanzabteilung in Woody. Warte, wer hat was gesagt? Nichts. Boah, ich bin ein blödes Haus und ich muss brennen. Ja, freust du dich? Ja. Brenne. I'm so hot. Boah, dann... Okay, ich glaub ich baue einen Flughafen. Ne, auf jeden Fall baue ich jetzt erstmal... Alter! Was? Jo, ich glaub ich baue einen Flughafen. Äh, ich baue jetzt erstmal eine Boot. Boot ist das blödste was man eigentlich bauen kann. Warum? Weil, äh, Boote müssen beide haben. Und die müssen halt beide auch eigentlich... Ja, in der Nähe sein. Wir sind nebeneinander. Was sollst du... Ja, deswegen, ich würd... Ich würd dir empfehlen bauen einen, äh, Bahnhof. Mh, Bahnhof für Personalverkehr. Ja. Zu wenig Semoleons. 40.000 benötig ich für diesen. Ich hab 100.000. Ich mach mal meine Kredite weg. So, jetzt müssen wir überlegen. So. Die Fabriken können jetzt erstmal blechen hier. Wie viele 40.000 brauche ich dafür, ne? Bitte, muss ich jetzt warten. Und wir warten. Und wir warten. Und wir warten. Ich hab 79.000? Wie hab ich denn das jetzt geschafft? Hm, sag mal. Durch Magie. Magic. Ich hab nen Bahnhof, nen Bahnhof, nen Bahnhof. Hast du nen Bahnhof? Hast du nen Bahnhof? Ja. Ja. Weil jetzt können zum Beispiel unsere Bürger auch schneller von Stadt zu Stadt. Deswegen baue ich auch gerne zum Beispiel auch, äh, hier. busse was soll ich jetzt machen sollen dafür 80 17 kultur städte ich soll eine kult städte aufstellen wie geht mit spezialisierung oder was i don't know man, oh nein weisse hey was sind kult städte kultur dinge warum habe ich denn hier die angeberhäuser angeberhäuser ja also hier hast du eine schule nein ich brauche mal eine grundschule ohne spaß sie bauen hier die ganze zeit ihre blöden tollhäuser oh komm was soll es ich brauche mal eine bibliothek ach komm ich glaube ich mach mal katastrophen in meiner stadt kannst du das schon nee ich hatte ja auf der anderen hatte ich ja was denn für eins es gibt eine eidechse 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 ja also eine riesen eidechse die durch die stadt läuft um zu deiner müllhalde zu kommen ehm ich sag da einfach mal ja nix zu ok ja ja hey wie viele werden denn mitgenommen gar keiner warum läuft unser zug denn nicht ich habe eine anbindung aber da fährt echt keiner mit ja bei mir auch nicht was für blöde leute ist man schon so nett oh ich kann auch schon ein paar mal upgraden fällt mir gerade auf ja dann baue aber andere sachen als ich ne ja ja äh was hast du denn schon gebaut äh ich habe lass mich ah das kann ich sehen ja in der region aufgestellt ja du hast ne verkehrsabteilung und ne finanzabteilung naja also die nicht bauen weil das wäre sonst unnötig gut dann baue ich jetzt äh Sicherheitsabteilung ne Tourismusabteilung bumm ja da drüber kommt eine Sicherheitsabteilung bumm der Rest ist nicht genehmigt ja da braucht man mehr einen noch Simcopter Simcopter ja Schule muss ich bauen ne es wäre ja ich habe ne Grundschule schick die einfach zu mir ne ich brauche auch welche nein 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 warte wo ist es Bildung Bildung schickst du mir Leute wenn dann zufällig ja die kommen von dir zu mir für meine Leute hey ich kann ich kann eine Sicherheitsabteilung ich will einen Kölner Dom bauen ja kann ich auch gleich machen ne ich bau den jetzt nein ich bau den ich bau den ich bau den um was wetten wir mittel Dollar mittel Dollar so warte ich statt um nennen ah k ö l l n ne k k apropos köln wie sieht es eigentlich bei dir aus mit der gamescom dieses jahr ist schon vorbei ja das hat er schlau gemacht wer so guck mal ich hab hier einen Kölner Dom in meine Stadt gepflanzt komm mal in meine Stadt und guck dir mal an wie das aussieht na warte ich muss grad noch ein paar Häuser abreißen die sind alle abgebrannt alter ohne Spaß nur wie das aussieht komm ich bau jetzt einfach mal hier paar Parks hin die irgendwie so gehobene Leute draus machen ich will nicht auf untere Einkommensschicht hängen ja ist mir doch scheißegal ob ich gleich Schnösel hab oder nicht ja was mit meiner oh mein Gott äh ich brauch mehr Müllwagen also bei mir läuft es eigentlich ganz gut hoff ich das tut es aber nicht ne nein definitiv nicht echt jetzt weiß ich weiß ich einfach warum weißt du das ich hab das im Urin boah nein mein ganzes ja ganzes kleines voll ich hab gerade verstanden mein ganz ganz kleines Glied man versteht auch immer das was man verstehen will ne hören wir ja schon deswegen hast du ja auch gesagt mein kleines Glied hast du gesagt ja mh 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 hm hm so So, hier machen sie sich jetzt entwürdig ein Gemüttel. Kann da oben Leute wohnen? Oh, jetzt mach ich nur noch 9000 plus. Nur noch? Ja. Boah, geil, da oben können Leute wohnen. Also Arsch der Welt. Find ich gut. Okay. 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 Ich baue hier voll die Favelas hin. Ja. Ich glaube ja. Guck mal lieber nach. So, paar Jigere pro Tag 8. 12. Oh. Hab ich. Hab ich oder du? Ich. Aber irgendwie kommen keine von dir. So. Oh. Überfallen. Voll im Gange. So.